den matthias hundhammer sehen wir jetzt hier am start seinem tiefdecker das modell wird über kopf hier startet weil du kannst ja ein tiefdecker immer so schwierig greifen beim start und er wird über kopf in die loft befördert der pilot dreht den flieger dann und fliegt ganz normal weiter und landet auch ganz normal gucken wir uns mal an wie das hier gemacht wird in ballenstedt zu den weltrekordversuchen 2014 ja seht ihr hält den flieger über kopf da ist ja viel viel griffe coole sache naja so sieht es aus über kopf weg aber da fliegt da ganz normal weiter und kann aus der über kopflage gleich in den in den in den in den in den anflug rein gehen ist natürlich irre aber der flieger ist so was von leise so ein angenehmen sound 346 nur Vorrei 325 So, und die Schwindigkeit rausnehmen Abfangung Schön austrudeln lassen Schön austrudeln lassen 325 Gut